Normen und Richtlinien sind ein wesentlicher Faktor im Baurecht. Sie bilden die Basis für solide Arbeit und für die Einhaltung qualitativer Standards. Normen sollen verständlich sein. Sie sollen sich auch nicht widersprechen. Ich begrüße die Initiative von Austrian Standards, denn jede Vorschrift und jede Norm soll auch am Prüfstand der Realitäten Bestand haben, sonst haben diese Normen keinen Sinn. Manche Normen sind vielleicht nicht mehr notwendig. Vieles verändert sich in unserer Zeit und deswegen ist es so wichtig, dass diese Initiative gesetzt wird. Ich wünsche der Jahrestagung von Austrian Standards viel Erfolg und einen guten produktiven Verlauf.